So meine Damen und Herren, jetzt heute in Paris, ich hoffe mal jetzt werde ich nicht gestört und dauernd angeschrieben, ich wurde gerade mich noch angeschrieben, deswegen sehen wir uns in Paris jetzt. So, da haben wir wohl die Sache, wo wir jetzt hin müssen, ich würde sagen, das hier gehört gerade nicht mehr zu der Story dazu, also noch die Erklärung, was, wann, wie, wo, was. Ja, ich habe es gerade schon aufgenommen gehabt, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten bekomme, kann ich das einfach nicht bringen. So, ich weiß jetzt zum Beispiel schon, dass wir aufpassen müssen auf die Kanünchen, die gleich hier entstehen, weil die können uns ein kleines bisschen Schaden zufügen. Aber wir müssen auch irgendwie wieder in die Mitte, das habe ich auch schon mitbekommen. Fuck. Wir müssen wieder hoch, wir müssen wieder hoch. Nein! Daneben. Tja, und das ist der Sinn dahinter eigentlich. Wir müssen jetzt versuchen hier drauf zu kommen, wir sind drauf gekommen. Das ist natürlich die Frage, wie sehe ich denn, dass er irgendwann mal kaputt ist? Oder wann er kaputt geht? Sehe ich das irgendwie? Das habe ich jetzt auch noch nicht daraus gefunden. What? Nein, daneben! Wir müssen unbedingt wieder hoch, wir müssen unbedingt wieder hoch. So schnell wie es geht. Genau deswegen muss man so schnell wie möglich hochkommen. Der denkt jetzt an Katapulte... Denk ja nicht an Katapulte, Junge. Nee, der denkt an Schiffe. Oh nein. Oh, hier komme ich gar nicht so ordentlich hoch, wie ich jetzt... Ah, ich könnte das Schiff da zerstören. Ja! Oh, in der letzten Sekunde. In der fucking letzten Sekunde. Also dreimal hat es gebraucht, um ihn zu zerstören. Oh, fuck! Ein Sieg ist geschafft. Oh! Eigentlich kommen die so schwer. So, ein Einheitsslot. So, jetzt gucken wir mal hier oben. Hier oben müssen wir jetzt komplett fertig sein. So wie es eigentlich aussieht. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Part wieder. Und zwar hier unten bei... Bolognese. Bis zum nächsten Mal.